Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Realm Creek. Hey, ihr seht's, letzte Rest hier von Schützenfest hier mit Steinen sammeln, ne? Können wir eben zusammen noch für dich machen. Dann ist das erledigt. Ich hab den Helfer diesmal nicht angestellt, ich hatte da keinen Bock drauf. Ich bin ja ganz ehrlich, ne? Das ging mir letztes Mal schon auf den Zünder, dass das wieder nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Egal. Ich hab's jetzt selber gemacht. Ja, derzeit konnte die Rübenmission laufen. Lauft. Hey, easy peasy. Ich hab's schon zweimal jetzt leer gemacht. Da konnte ich dann immer direkt in die Kalkproduktion reinfahren, ne? Bis sie weiterläuft. Ist ja richtig gut. Und wir gucken gleich mal, was wir jetzt hier machen. Ob wir kalken müssen oder was? Und wenn nicht, können wir direkt, können die Drillung starten, ne? Ja, richtig gut. Und dann müssen wir erst mal gucken, was wir überhaupt drin haben, ne? Dass das fertig ist. Und dann müssen wir gucken, was noch ansteht, ne? Ich weiß jetzt echt nicht, ob wir Gras mähen können, wäre ja auch mal schön. Um ein bisschen Häufel unsere Viecher zu kriegen. Hätte echt Vorteile, ne? Ich hoffe, dass wir Gras mähen können. Ich weiß nicht, ob das Video heute noch auf den Sonntag kommt. Ich glaube, weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Spielt ich das jetzt? Viertel nach A. Wenn, dann kommt es später. Ich hab heute Morgen rum, in der Gistern bin ich nicht dazu gekommen. Wahrscheinlich wird es erst mal runterkommen. Ist mal auf den Sonntag weniger Videos. Tut mir leid. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Mehr wie machen kann ich leider nicht, ne? Und es hat's nicht gepasst gestern. Ich musste gestern so viele Projekte machen. Und da muss man auch mal irgendwann sagen, soll ich es hier hin und jetzt ist mal Schluss, ne? Deswegen seht's mir bitte nach. Das ist leider so mit Seasons. Ich glaube, das hat mir immer so, wie es soll, ne? Dann können wir das mal bitte aufbringen. Dann kann hier... Nein, theoretisch die Drille hinter, ne? Ja, ja, ja. Ich glaub, hier machen wir die Drille hinter. Und jetzt drillen. Und wir können gucken, dass wir was anderes anstöße kriegen, ne? Ja, so machen wir das. Das klingt einiger Maus noch ein Plan. Aber wir müssen erst mal gucken, ob wir noch kalken müssen und so. Das dürfen wir leider nicht vergessen. Ne, das dürfen wir auch nicht vergessen. Irgendwann machen wir ihm leer. Der steht da noch. Die sind ja noch fleißig da rum. Tut ja... Müssen wir auch noch aufräumen, ne? Guck, dann kannst du die nämlich hier direkt reinfahren. Du musst dich auch nicht drum kümmern. Steine liegen nicht mehr im Weg rum. Perfekt. Da ist, glaube ich, schon ganz gut was drin. Kannst du das mal aufräumen, ey? Das ist viel schlimmer. Halt mal kurz an. Was sieht derzeit aus? Lass uns mal looki-looki. Ja, guck, die sind hier noch fleißig, ne? Da ist ja auch schon wieder ein Hinbrackeln, ey. Das läuft. Da kannst du nichts gegen sorgen. Oh, da muss nirgendwo Kalk drauf. Da könnten wir eigentlich direkt gleich... Jetzt haben wir ihn mit dem Düngerstreuer drüber fahren. Ja, können wir gleich mal machen, ne? Krass. Oh, wir können mähen. Wir können beide Wiesen mähen. Das ist gut. Das machen wir auf jeden Fall diesen Ingame-Tag noch. Da bin ich ja voll bei. Dass die so schnell wachsen. Da und da. Dann machen wir Heu und vielleicht Silage. Oder wir machen erstmal nur Heu. Mal gucken. Ne, hiervon machen wir wahrscheinlich Silage, ne? Das ist sinnvoller. Fangen wir mit dem Ladewagen ein. Dann passt das. Dann haben wir auch was zu tun. Was können wir noch sehen? Das können nur Gäste oder Weizen sein, ne? Noch mal eine Ecke noch Weizen. Die anderen behalten wir. Klingt noch ein Plan, ne? Guck, da sind die fleißig. Der ist hier auch fleißig. Wie viel hat er jetzt abtransportiert? Das sehen wir gleich sofort, ne? Ich muss mal noch ein Lübchen machen, ne? 87% hat er jetzt schon. Perfekt. So lobe ich mir das. Guck und dann fährt der einfach. Hier wollte ich hin. Hochdruck rein, ne? Wenn du die richtige Taste drückst, dann kloppt das einfach, ne? Da brauchen wir auch nicht unbedingt irgendwie noch eine Halle bauen oder so, weil wir haben echt zu wenig Platz hier. Steht alles nur draußen. Das ist nicht so schön. Das müssen wir mal ganz nicht besorgen. Wenn das nicht draußen drin steht, dann ist ja nicht so meine Welt. Bist du sauber? Ja, ja, ja. Erfekt. Luft. Äh. Falsche Taste. Reparieren. Ja. Reparieren. Ja. Reparieren. Das haben wir auch schon endlich nicht. Perfekt. Äh. Ja, ne? Gute Frage, nächste Frage. Nächste Frage. Wie kommen wir hier weg? Wir sind, glaube ich, über den Acker vorn. Jetzt nix. Jetzt haben wir keine... Vorwärts. Wenn die vorwärts. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Oder auch nicht. Jetzt hängt ihr da schon wieder dran. Kann doch gar nicht sein. So. Wir müssen leider hier über den Acker fahren. Da kommen wir auch nicht lang. Einmal ab durch den Weizen. Dann können wir den Rübenruder erst da reinstellen. Ja, 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 ja. Bis wir hier einen vernünftigen Platz haben. Können hier nachher die Mehrwege dran. Oder das Mehrweg. Da brauchen wir aber auch ein Gewicht, ne? Der passt hier an der Seite hin. Bis wir den wieder brauchen. Dauert hier ewig. Aber geht ganz gut mit dem Kleinen, ne? Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Das geht echt gut mit dem Kleinen. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ja, dann kannst du auch hier hin. Wir bin... Ne, doch. Gewicht brauchen wir, ne? Wo habe ich denn meine Gewichte hingestellt? Wisst ihr das? Da ist es. Versuche Definted. Wir müssen aber echt. Der ist drin. Drillen wäre echt angebracht. Aber vorher... Fangen wir, glaube ich, eben mit dem Düngerstreuer drüber, ne? Ja, und dann mähen wir. Mal mit der Suche rein. Passt. Zu weit weg, Wetten. Ich bin schon mal oben. Du machst das schon. Du weißt ja Bescheid, dass du voll bist, oder? Ich würde gerne was anderes machen. Wir müssen hier lang. So, los geht ja, Wilder Ritt. Eben die Merites machen. Und dann mähen. Und zählen. Genau, so ist der Plan. Und hoffentlich wollte ich die Missionen abschließen. Ich glaube, so viel müssen wir doch gar nicht mehr noch einworgen, um dann so vorbei damit hinbringen. Den Rest können wir, glaube ich, einlogern. Dann fahren wir da eben rüber und laden eben ab. In unser Geschütz. Geht's, was könnte er hier düngen? Ach komm, machen wir ihn selber. Nimmst du überhaupt was an? Ja. Das ist ja schon ein Bombenstreuer, ne? Aber manchmal finde ich den auch ein bisschen sehr groß. Muss ich ja ganz so nicht sagen, ne? Ich muss auch noch Kuss einfahren, ne? Ist also gar nichts zu tun, dann hast du viel zu tun. Wer hat mir denn da alles kaputt gefahren? Oh, der hat da reingeflügt. Uncool. Der hat da vorreingeflügt. So machen wir jetzt gerade nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob wir die Gäste auch eben noch rüber düngen. Wenn wir gerade schon hier sind. Muss noch gedüngt werden, oder? Ja, muss noch mal gedüngt werden, bevor wir da mal eben drüber wandern. Wenn das geht. Müsst du annehmen, ne? Sagt das so in meinem jugendlichen Leichtsinn und sehe gar nichts. Schick, ne? Oh, 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 oh. Halt an, halt an. Ich muss zum JCB. Oh, oh, oh. Ja, das ist ja jetzt wieder eine Tüfte. Ja, müssen wir jetzt erst hin und her fahren. Wir können, glaube ich, hier lang zu unserem Hof, ne? Perfekt. Richtig schön viel Rüben noch übergeblieben vor uns. So muss das. Hier ein Wurgen schon. 23.000. Richtig gut. Dann wollen wir gleich noch ein Wurgen. Ja, läuft, Leute. Das ist richtig gut. Dann suchen wir auch nicht das, ne? Wenn da richtig was überbleibt vor uns. Perfekt. Natürlich kommst du dann nicht zu dem, was du eigentlich machen willst. Aber das ist mir egal. Hier vorne jetzt erstmal richtig kasselereng und ohne Rübkes. So muss das. Komm mal, ich hab mal hier weiter mit düngen und dann wird gesät und ich mähe. Erstmal muss das jetzt hier fertig sein. Richtig. Ja, ja, wir kommen da gleich hin. Kein Stress. Wir müssen eben hier voll machen. Das ist sicher auch nichts. Das war wohl unser zum Dings. Das macht er nicht. Ab vor. So, Leute. Ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken, das ihr hier ne. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Durmchen fuhren. Bin ich hier ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal. Und die wollten nichts mehr verpassen. Da würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.